Lähe ist der Widerstand, ja Hör, kommt der Widerstand, ja Wir sind der Widerstand, ja Wenig, Freiheit, keine Diktatur 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 Musik Es gibt Momente, in denen ungehorsam eine Pflicht sein kann. Momente, in denen man nur dann Anstand und Menschlichkeit wagt, wenn man sich gegen einen Befehl, gegen den Druck von Vorgesetzten oder auch den Druck der Masse auflehnt und gegenhält. Es gibt Momente, in denen der Einzelne die moralische Pflicht hat, zu widersprechen und sich zu widersetzen. Das erkennt auch unsere Verfassung an. Im Artikel 20 unseres Grundgesetzes ist das Recht zum Widerstand festgeschrieben. Und zwar, ich zitiere, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, wenn anderer Abhilfe nicht möglich ist. Musik Frieden, Freiheit, keine Diktatur, nur Mut, nur Mut. Musik 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 Vielen Dank.